Es gibt ja auch nicht viel, womit sie sich identifizieren können. Entweder du bist Gemüsehändler oder du bist Fußballer. Wenn man das alles auseinander nimmt, ist eigentlich für Blogs auch nichts anderes als eine ganz, ich sag jetzt mal, eine bewusste normale Serie. Man braucht diese Sensibilisierung, man muss sich einbringen. Habubis, herzlich willkommen zurück. Wie ihr wisst, letzte Woche haben wir darüber diskutiert, inwiefern Serien wie für Blogs oder Skylines Klischees verfestigen. Das Wort Klischee hat ja nichts anderes zu bedeuten, als dass es etwas ist, was ja einen wahren Hintergrund hat. Also es gibt das, was das Klischee erzählt, schon längst. Das ist so das schlimmste Klischee, was man hätte nehmen können. Und das einzige Klischee, was ich auch immer nur in Filmen sehe oder in Serien. Und das macht mich halt auch einfach sauer. Aber die Filmindustrie und auch Theater, die sind im Wandel. Und wir versuchen das immer mehr aufzubrechen. Und heute gehen wir nochmal einen Schritt weiter und diskutieren darüber, inwiefern eigentlich solche Serien Communities in der realen Welt beeinflussen. Das wird sehr interessant. Ich freue mich, dass ihr da seid. Das wird Killer. Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir auch schon letzte Woche haben wir wieder wunderschöne Gäste da. Solin, Regisseurin von Skylines. Özgül, Regisseur von 4 Blogs. Hassan, Schauspieler bei 4 Blogs. Und Leila, unsere Aktivistin und einfach muslimische Personen, die einfach muslimische Anliegen einfach gerade in Deutschland hart nach vorne bringt. Solin, die erste Frage geht an dich. Skylines und 4 Blogs werden krass gehypt und kommen voll gut an, vor allem auch so bei jüngeren Leuten. Was denkst du, wenn ein junger Frankfurter mit kurdischem Background Skylines guckt, was macht das eigentlich mit ihm? Fühlt er sich dann verstanden? Ist er, fühlt er sich dann abgeholt? Kann er sich damit identifizieren? Ja, ich mache das immer fest anhand von meinen Geschwistern. Also ich habe vier, so zwei älter, zwei jünger. Und ich hole mir immer Feedback von meinen Geschwistern eigentlich, weil sie nicht viel mit der Branche zu tun haben. Und die sind auch sehr kritisch, weil sie alle im sozialen Bereich tätig sind. Mein Bruder ist Bulle, meine Schwester ist Sozialarbeiterin für minderjährige Flüchtlinge, weißt du, die hat auch so Verantwortung. Und es war schon so, dass sie sich in vielen Figuren wiedergefunden haben, weil sie das Gefühl hatten, und klar, der Anfang ist vielleicht klischeebehaftet und irgendwie das, was man erwartet, aber dann passiert doch was, was unerwartbar ist. Und das ist das, glaube ich, was sie so daran gehalten hat, weiterzugucken. Kannst du da ein kleines Beispiel geben von Skylines? Ja, also zum Beispiel, es ist echt, also eine meiner Lieblingsfiguren ist zum Beispiel Sila. Ja, ich will gar nicht so viel verraten, weil ich glaube, und das ist eigentlich, wenn ich das jemandem mit kurdischem Background erzählen würde, also eine junge Frau, die eigentlich so Kriegsvergangenheit hat, sozusagen, ja, und die härteste Braut eigentlich, viel härter als die ganzen Typen bei Skylines und ist halt sehr gewaltbereit irgendwie eine junge Frau, die eigentlich ihr ganzes Leben lang Gewalt auch erfahren hat und vielleicht auch deswegen so geworden ist. Und das ist so, und sie wird aber nicht darüber definiert, sondern sie wird als Figur darüber definiert, dass sie eigentlich eine totale Sehnsucht hat, Musik zu machen. Und das ist schon mal, also sie hat keine Erfüllung in der Gewalt, sondern sie hat eigentlich Erfüllung darin, sie möchte wegkommen von der Gewalt und sucht eigentlich in der Musik so eine Art Erlösung oder will jemand anderes sein. Ich habe das eher so wahrgenommen, dass sie sich total wohl fühlt in der Gewalt. Ja, sie kennt, ja, aber das ist halt zum Beispiel, kann man so oder so sehen, aber mein Anspruch war es jetzt nicht, jemandem zu erzählen, der total aufgeht in der Gewalt, sondern dass es jemand ist, der das nicht anders kennt, weil er vielleicht so aufgewachsen ist und in der Musik einen Weg findet, eine andere Sprache zu finden, als jemandem einfach auf die Fresse zu hauen. Also man kann ja jemandem auch mit Worten auf die Fresse hauen, also ein anderes Ventil finden. Und das finde ich das Schöne auch an Deutschrap oder an deutschem Hip-Hop oder das, was viele, ja, dieser Größen sozusagen, auch mit kurdischem Background eigentlich, ja, mit Sprache machen. Und das ist das, wo wir auch bei Skylines versuchen, aus dieser Machtlosigkeit und aus diesen Klischees irgendwie, glaube ich, rauszukommen und den Figuren eine andere Richtung zu geben, weißt du, so. Und ich glaube, da hoffe ich zumindest so, es kann auch sein, dass ich total, keine Ahnung, in meiner Bubble bin und nur die Hoffnung habe, weißt du, und eigentlich ist es überhaupt nicht sich erfüllt, aber das Feedback von meinen Geschwistern und ihrem Umfeld, die wenig mit der Filmbranche zu tun haben, geht schon in die Richtung, dass sie sich da identifizieren können mit vielen Dingen und nicht das Gefühl haben, sie kriegen einen Stempel ab. Verstehe. Ja. In einem Interview meinte man, Kidahode Ramadan, dass junge Leute auf ihn gerne mal zukommen und sagen, so, ey, kann ich mal für dich arbeiten. Was glaubst du eigentlich, wie kommt vier Blogs bei den jungen Leuten in den Communities an? Es kommt so gut an, dass die Leute sagen und viele Jüngere vor allem auch sagen, dass sie Schauspiel studieren wollen. So muss man das natürlich aus der Perspektive muss man das auch betrachten und mich anschreiben und sagen, ey Hassan, kannst du mir Tipps geben? Wie kann ich eine Agentur finden? Wo sollte ich am besten studieren? Gibst du Unterricht? Und auch auf der Straße natürlich ich mit Leuten und ich fahre immer noch so U-Bahn viel und bin so ohne Auto unterwegs in Berlin und dann trifft man halt immer wieder an verschiedenen Orten verschiedenste Leute oder Menschen in jedem Alter. Ich nehme das so wahr. Das macht auch was. Das zeigt auch, ey, weil, also natürlich bilden wir eine Realität ab, die zu sagen, nicht, die man nicht nachahmen sollte. Auf der anderen Seite zeigen wir aber auch, dass wir, ich zum Beispiel, ich habe studiert und ich spiele jetzt so einen Jungen und Kidahode Ramadan ist seit 20 Jahren Schauspieler und dann gibt es noch den Schauspieler und den. Und die leben alle bei uns in der Umgebung, in unserer Hood und haben es auf einem Bildungsweg, also ersten oder zweiten Bildungsweg geschafft, sich so zu etablieren und etwas zu machen, was irgendwie so gesellschaftliche, also Schauspiel meine ich jetzt, so eine Anerkennung gewinnt. Früher gab es immer nur Vorbilder wie, also Fußballspieler, ja, und das bedeutet sozusagen, du bist, für mich war das immer so, du bist Ausländer, wenn du gut Fußball spielen kannst, dann kannst du was erreichen in Deutschland. Und das haben wir jetzt auch, wir sind Teil dieser Bewegung und das haben wir auch geschafft, so ein bisschen aufzubrechen. Dass wir nicht nur über Sport definiert werden oder Gemüse, so, weißt du, ich meine, entweder du bist Gemüsehändler oder du bist Fußballer, so, was anderes gab es früher nicht, so in den 90ern. Laila, siehst du das auch so, dass 4Blogs mehrheitlich erstmal als Empowerment funktioniert hat für junge Menschen? Der Punkt ist halt, du hast in dieser öffentlichen, in dieser medialen Öffentlichkeit so wenig Bezugspersonen für Menschen, die zum Beispiel irgendwie in Berlin-Neukölln wohnen und die irgendwo auch sich identifizieren können mit dieser Lebensrealität. Also ich habe ja gesagt, ich kann mich damit nicht identifizieren, aber so, das spielt halt auch eine Rolle. Aber ich kann nachvollziehen, dass junge Menschen sich da wiedersehen, weil es gibt ja auch nicht viel, womit sie sich identifizieren können in der medialen Öffentlichkeit. Da ist nicht so viel Bandbreite, so, ne? Und dann kommt endlich so eine Serie, sag ich mal. Und klar gibt das dann für die so eine Art, da ist dann halt einfach eine Verbindung da, so, und damit können sie sich identifizieren. Und gleichzeitig denkt man sich aber auch, okay, aber warum, das ist ja dann eigentlich total schade, oder das ist dann eben nur, wenn man sich dann halt die Bandbreite an Serien und so weiter anschaut, dass es dann letztlich dann nur darauf ankommt, also da gibt es dann nur für Blocks mehr oder weniger, oder Skylines oder so, ne? Und warum gibt es nicht mehr als das? Und das sage ich jetzt nicht als Vorwurf so in eure Richtung, so, ne? Wäre natürlich schön, wenn irgendwie das nächste Filmprojekt vielleicht anders ist, so, aber so, das zeigt, wie gesagt, eben auch das strukturelle Problem in Deutschland, wenn du eben nur so, weißt du, so, es wäre ja schön, wenn es mehr geben würde als das. Und ich kann, ich kann die Jugendlichen, ich kann ihnen keinen Vorwurf machen, dass sie sich da empauchen, weil natürlich, sie sehen sich plötzlich, sie sehen sich selber, so, im Fernsehen. Aber ich muss dazu auch nochmal was sagen, weil, wenn wir jetzt sagen, dass wir sozusagen in der Medienwelt nicht viele Vorbilder haben, mit denen wir uns oder mit denen sich die Kids identifizieren können, dann grenzen wir die Vorbilder ein, sozusagen, dann grenzen wir automatisch die Vorbilder ein und sagen, diese Kinder können sich nur mit Menschen identifizieren, die sogenannten Migrationshintergrund haben. Wir nehmen den Kindern, wenn wir so darüber reden, finde ich, nehmen wir den Kindern etwas weg. Wir müssen die Bandbreite an Vorbildern öffnen, wen sie sich selber nehmen, das ist ihre Entscheidung. Aber wenn wir von vornherein sagen, ja, es gibt nur diese Vorbilder für dich, oder ich denke, es gibt nur diese Vorbilder für dich, dann machen wir es denen, finde ich, so... Also darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass sie überhaupt die Wahl haben. Aber die haben sie ja teilweise noch nicht mal, weil es eben diese Bandbreite einfach nicht gibt. Es geht nicht darum, dass man ihnen vorschreibt, wen sie als Vorbild haben sollen. Es geht darum, dass sie wenigstens die Wahl haben. Also als ich aufgewachsen bin, hatte ich die Wahl nicht. Und ich habe sie ja immer noch nicht. Es ist ja nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie mit Amara identifiziere oder sowas. Also so, ist halt einfach nicht da. Bei vier Blocks muss man dazu sagen, war es ja so, dass gerade die Leute, die da mitgespielt haben, ob jetzt sie nun aus Neukölln kommen oder nicht, die haben Bock natürlich auf diese... Ich meine, die haben Bock gesehen zu werden. Die haben Bock, damit irgendwie auch rauszugehen und zu sagen, ey, guck mal, ich spiele da und da mit. Und wie oft ich von Leuten gehört habe, ich kenne den, wo ich sage, ich kenne den gar nicht. Weißt du, wo es aber nur darum geht, dass ich die vielleicht mal irgendwo gesehen habe oder so. Aber es geht aber, also ich bin jetzt auch nicht irgendwie, weiß ich, ich bin jetzt auch nicht Quentin Tarantino oder sowas, dass sie sich damit irgendwie total, dass sie damit prallen können. Aber nichtsdestotrotz ist es so, so wie du sagst, die greifen halt nach dem, was halt möglichst in der Nähe ist. Und wenn dann eben vier Blocks so etwas bietet, was jetzt in Berlin ja eine Kult-Serie ist, wo sie von sich behaupten können, dass sie daran mitgespielt haben, ist das der eine Aspekt. Wie viele Leute mir schreiben, ey, wenn du irgendwas machst, ist egal was, ich würde gerne dabei sein. Und damit meine ich wirklich jetzt bundesweit. Zeigt ja mir, dass sie gar nicht so sehr, und man kann das jetzt nicht verallgemeinern, aber zeigt ihr nicht, dass sie alle daran interessiert sind, als die Gangster dargestellt zu werden. Genau, aber dieses Missverständnis, habe ich das Gefühl, gibt es so ein bisschen, also beziehungsweise, wenn auch nicht jetzt von euch direkt ausgesprochen, es ist halt so, dass ich das oft höre. Es gibt halt den Vorwurf von wegen, so dass halt junge Leute das nicht trennen können, ne, Fiktion und Dings. Ja, klar. Und da würdest du nicht mitgehen? Nein, da würde ich auch überhaupt nicht mitgehen. Vielleicht ein anderes Beispiel, Horrorfilme, ja, weil es gab so häufig an große Leute, die so wie Stephen King oder so, die halt jetzt davon leben, die Horrorgeschichten schreiben, dass dort Leute gewisse Dinge imitiert haben, die er geschrieben hat. So, was heißt das jetzt für jemanden wie Stephen King? Heißt das, dass er das verantworten muss als Künstler? Dass er Millionen von Lesern hat als Fans, die das lesen und sich damit irgendwie auseinandersetzen beziehungsweise davon irgendwie sich unterhalten lassen? Und dann gibt es wiederum halt die Paar, die dann sagen, ah, das ist eine geile Idee, beim nächsten Mal säge ich eine Frau genauso wie er das schreibt auseinander. Das gibt es halt, also diese Gefahr, dass es Leute gibt, die das nicht unterscheiden können, ob nun zu jung oder zu alt, das hast du immer, ne, das hast du immer. Aber ich wollte einfach nochmal ins Publikum fragen, wie seht ihr das eigentlich? Wer von euch glaubt eigentlich, dass junge betroffene Menschen Fiktion und Realität trennen kann? Glaubt ihr, dass junge Menschen, die sich diese Serien angucken, das trennen können? Wer ja denkt, einmal Handzeichen. Ähm, ich sehe eins, zwei, drei. Es ist eine halbe Meldung, sie macht so, ich weiß nicht. Wer von euch glaubt, dass junge Menschen das nicht trennen können und glauben, dass das, was in den Serien passiert, auf jeden Fall auch irgendwie wahrheitsgemäß ist und auch irgendwie wahrheitsgemäß für sie selber ist? Geil. Kann ich, ah, das ist mein Bruder übrigens. Warum glaubst du, ist das so? Also, wie ich die Jugend heutzutage empfinde, denke ich, dass es schon eine gewisse Leichtsinnigkeit gibt. Und die entsteht vor allem dadurch, dass halt gewisse Sachen, wie der Kollege Hasser schon vorhin sagte, ja, es gibt halt Geschichten, die auch wirklich wahrheitsgemäße Aspekte haben, ja. Die Jugend sich dort halt ein bisschen zu sehr reinversetzt sozusagen, ja. Und dadurch die Gefahr entsteht, dass sie halt das nicht unterscheiden können. Ich hab mal, ähm, Frage nochmal wieder an dich, äh, zum Beispiel bei der Serie Breaking Bad, ne. Glaubst du, dass durch die Serie, dass ChemielehrerInnen einfach ein schlechteres, ähm, oder ein schlechteres Image haben? Keine Ahnung, ich glaub nicht, nein, nein. Ich glaube, also, das seh ich halt schon so, dass gerade die, die halt auch Breaking Bad gucken, ne, dass die, ähm, da ist ja die Idee ja im Vordergrund, dass theoretisch sowas möglich wäre, ist ja einfach das, womit die ja spielen halt in der Serie, ne, dass da jemand tatsächlich auf einmal eine ganz andere Karriere startet. Übrigens aber auch aus einem ganz anderen Motiv heraus, das muss man auch dazu sagen. Ja, aber ich frage mich jetzt, du sagst, ne, ich glaube, okay, äh, dieser Ruf ist nicht geschädigt. Bei Serien wie bei Verblocks zum Beispiel oder halt, ähm, Skylines, frage ich mich halt, ist der Ruf wirklich nicht ruiniert, wenn du dir die Serie anguckst und dann rausgehst und dann siehst du halt Berichterstattungen, wo es um Clan-Kriminalität und dann hast du noch Deutschrap, bist du dann noch in der Lage zu glauben, dass das, was in den Serien passiert, wirklich nur Fiktion ist? Diese Form von Kriminalität existiert, das wissen wir alle, ne, dass das, äh, und auch gerade jetzt, äh, vom, vom Setting, vom, äh, von, da, wo, wo vier Blogs spielt, auch genau das auch so existiert, das wissen wir alle. Aber das, ähm, die, der Unterschied zu der Fiktion, die wir ja machen, ist ja dann, dass wir noch viel, viel mehr, weil alles, was wir praktisch von außen über diese Clans ja hören, ist ja das, was über die, so wie du sagst, über die Berichterstattung hören. So gehst du aber näher ran und da, da beginnt dann halt das Fiktive, dass wir dann eben erzählen, ähm, wer diese Menschen sind in vier Blogs und mit was für Problemen die praktisch zu kämpfen haben. Und wenn man das alles auseinander nimmt, ist eigentlich vier Blogs auch nichts anderes als eine ganz, ich sag jetzt mal, eine bewusst eine normale Serie von ganz normalen Figuren, die ganz normalen Probleme, wie wir alle haben. Einfach mal eine Frage da draußen an die Community. Wir hatten ja mit der Frage angefangen, äh, angefangen, glaubt ihr, dass, äh, Menschen, die sich vier Blogs oder Skylines oder ähnliche Serien angucken, in der, in der Lage sind zu trennen, was Fiktion ist und was Realität ist oder findet ihr in jemandem, dass das irgendwie, wer das guckt, wird auch glauben, dass das echt ist. Schreibt uns das auf jeden Fall in die Kommentare und ihr wisst ganz genau, abonnieren, Glocke, Daumen hoch, Bumbe. Du weißt Bescheid. Du weißt Bescheid, du weißt. Wir haben ja viel jetzt darüber gesprochen, also was diese Serien mit den Communities machen, die abgebildet werden, aber was macht das eigentlich auch mit den Menschen, die nicht in diesen Serien spielen, hat das irgendeinen Einfluss auf die und wenn ja, wie sieht dieser Einfluss auf, was denken diese Menschen dann über Menschen, die in diesen Serien abgebildet werden, Hassan? Über wen reden wir hier? Also sprechen wir jetzt, weil es gibt so, wo, es gibt doch alles bei vier Blogs. Was denken arabischer Anwalt über Toni Hamadi? Ne, eben nicht. Nein, wir denken Bauer in Bayern, über Maluf, über jetzt unsere Serie oder die Menschen, die sozusagen da mitspielen. Ja, was soll der denken? Ich hoffe, dass wer auch immer das guckt, natürlich differenzieren kann. Das ist immer die Frage, sprechen wir jetzt über Kinder, sprechen wir über Erwachsene, wir können es nicht pauschalisieren. Lass uns sagen, Menschen zwischen 20 bis 30, dann können wir gerne nochmal älter gehen. Menschen zwischen 20 und 35, wenn die sich sowas angucken, was macht das mit denen? Im besten Falle sind aber Menschen zwischen 20 und 30 schon in einem kulturell anderen Kontext aufgewachsen. In Berlin, ja. In anderswo auch. Nein. Ne? Nein. Guck mal, ich höre zwei Stimmen, kannst du einmal? Frankfurt, Berlin, Hamburg. Das ist vielleicht auch im Ruhrpott so, das ist in Berlin so, aber das ist in Schweinfurt nicht so. Weißt du? Also, Deutschland ist schon groß so. Ja, jedenfalls. Ich habe hier von der Ecke auch noch eine Meldung, was sagst du? Ja, also ganz kurz, also ich bin in meiner Jugend in einem Umfeld aufgewachsen, was eigentlich nur weiß war. Und ich will immer sagen, dass als ich vor Blogs rauskam, ich habe mich super gefreut, dass da Leute waren, die quasi so sprechen wie ich. Aber mich haben echt Leute, die ich schon seit meiner Schulzeit kenne, angerufen und gefragt, so, ey, ist das bei euch auch so? Also, also das ist schon, das ist schon was anderes. So Berlin, das ist, Berlin ist eine Blase in Deutschland, so einfach dieses Multikulturelle. Das ist nicht überall, das ist auch noch nicht in allen Städten so. Das ist schwierig. Also das würde ich jetzt nicht so unterstreichen. Noch mal zu den Kindern. Ich finde es ganz schwierig zu sagen, die können es nicht differenzieren. Weil, wenn ich früher Kill Bill geguckt habe, dann habe ich mir nicht gewünscht, ja, mit neun so einen Anzug zu haben und irgendwann Männer abzuschlachten und Frauen so. Was nicht? Nein. In meinen Träumen vielleicht schon, ja. Ja, aber ich wusste, dass man es nicht, also, es ist so, ich wusste, es ist Fiktion, ne? Bis wohin ist es aber dann unsere Verantwortung, weißt du? Ja. Es ist einfach schwierig zu sagen, so, wir müssen jetzt etwas ganz anders machen. Und ich meine, die sitzen hier, die sagen uns, es geht gerade nicht besser als das, verstehst du? Sollen sie deswegen sagen, nee, wir machen das alles nicht mehr und wie er schon gesagt hat, ist denen dann den Weißen überlassen, damit es noch schlimmer wird, weißt du? Also, keine Ahnung. Ich glaube, es ist gut so, wie es gerade ist und es kann nur besser werden. Deswegen ist es einfach schwierig, so, finde ich, da die Verantwortung bestimmten Leuten zu geben. Also, erst mal mit den Jugendlichen, ich sehe das genauso. Also, ich glaube, dass wir unsere Jugendlichen auch unterschätzen und das mag ich halt nicht. Weil, also, das Ding ist, ich arbeite viel mit Jugendlichen und ich weiß, dass man ihnen einfach viel mehr zutrauen kann, als wir es tun. Und ich glaube auch, dass, wenn es um die, ich finde auch diese Diskussion um Kriminalität und ob sie jetzt dann in die Kriminalität ausabrutschen, weil sie das, finde ich, irgendwie so ein bisschen so voll fehl am Platz. Weil, so, für Kriminalität gibt es viele Faktoren, die eine Rolle spielen, warum das dann irgendwie dann letztlich dazu kommt. Und es kann natürlich eine Rolle sein, also, eine Rolle kann spielen, dass man irgendwie viel sowas konsumiert, so. Aber da gehört ein bisschen mehr dazu, um dann wirklich kriminell zu werden. So, das ist die eine Sache. Und zu der Sache mit der, mit der Verantwortung. Ich glaube, es geht, es geht auch einfach darum, dass, dass, also, einerseits ist es wichtig, dass wir immer und immer wieder darüber reden und diskutieren und quasi kritisch sind mit uns selbst. Damit wir wissen, was man zukünftig einfach besser und anders machen kann. Deswegen ist es wichtig, den Zugang zur Community immer wieder zu haben und sich quasi so die Meinung einzuholen, finde ich. Weil, man kann eben nicht alles mitbedenken und deswegen ist es gut, wenn man sich so viele Meinungen wie möglich so einholt, ohne dabei vielleicht irgendwie zu sagen, hey, du bist, du allein bist jetzt schuld an dieser Situation in Deutschland. Aber es ist schon so, dass wir, dass wir, und ich sage das jetzt als Künstlerin, weil so, als Künstlerin prägst du die Gesellschaft mit. Als Künstlerin prägst du das Erbe auch in Deutschland, das kulturelle Erbe mit und so, du hast Einfluss und dementsprechend trägst du auch eine Verantwortung. Und je größer dein Einfluss ist, desto größer ist die Verantwortung. Es ist ein ziemlich, also es ist halt einfach eine ziemlich einfache Rechnung. Ich finde es gerade mega interessant, dass wir darüber sprechen, dass die Verantwortung langsam auch immer weggenommen wird von den Menschen, die in der Industrie unterwegs sind und auch ein bisschen verlagert wird auf die Menschen, die das konsumieren und sagen so, Ja, genau. Komm mal auch ein bisschen klar. Oder die Älter, also finde ich auch so ein bisschen so, nein, lass mal jetzt die Älter raus. Ich sehe da hinten noch eine Meldung von dem Bruder hier. Sag uns kurz, wie du heißt, dann deinen Kommentar. Ja, mein Name ist Sammy und, also ich würde es sehr schön finden, wenn man auch auf die Ursachen eingehen würde. Das heißt, wenn wir zeigen, dass Menschen kriminell sind, gewaltbereit sind, dass wir auf der anderen Seite aber auch zeigen, wie es dazu gekommen ist, dass Menschen zu kriminellen, also kriminell werden oder Gewalt, also gewalttätig werden. Und da kommen wir dann im Endeffekt nicht drum herum, über Rassismus zu sprechen, über Ausgrenzung zu sprechen. Und dann hat man halt auch nochmal diesen selbstkritischen Blick und den halten uns die Drehbuchautoren irgendwie vor, würde ich sagen. In der ersten Staffel von 4 Blocks, ich sag's mal so, da sehen wir ja Tony Hamadi, da wird ja seine Geschichte erzählt, warum er sozusagen kriminell geworden ist. Jetzt, dass er Drohnen verkauft, das ist nochmal was anderes, aber es hat ja auch mit Schwarzarbeit begonnen. Und darum, weil die Integrationspolitik in den 90ern oder 80ern, wann er auch immer nach Deutschland gekommen ist, nicht so fortgeschritten war und er keinen Aufenthaltsstatus, keine Arbeitserlaubnis, nichts hatte. 15, 20 Jahre lang, meine Familie selbst hat, ich bin der Einzige in meiner Familie, der bis jetzt eingebürgert wurde. Mein Vater durfte 12, 14 Jahre nicht arbeiten, der ist nie, Gott sei Dank, also nie in dem Sinne kriminell geworden, dass er Drogen verkauft. Natürlich hat er Schwarz gearbeitet, aber du siehst halt, das wird am Anfang erzählt und das wird auch in der zweiten Staffel, glaube ich, immer wieder erzählt, dass er jetzt einen Aufenthaltsstatus oder so bekommt und dass er auch vielleicht eingebürgert werden kann und so weiter. Also das wird schon so erzählt, aber das sticht nicht so sehr raus, dass es irgendwie der Anfang von allem ist. Ja, der Anfang für diese ganze Kriminalität, dann auch Gewalt und so weiter und nicht, dass diese Figur so geboren wurde, weil das ist er ja nicht. Und vielleicht hast du recht, vielleicht sollten wir diesen Strang oder diese Details sozusagen vergrößern ein bisschen. Ich würde da einfach mal das aufgreifen und zur Abschlussfrage kommen, weil ich merke total, dass wir zu einem Punkt gekommen sind, wo wir sagen, okay, Selbstkritik, ich glaube, das ist so das Wichtige bei den ganzen Sachen, bei den ganzen Serien. Ich glaube, jeder von uns trägt eine gewisse Verantwortung, nur als Abschlussding. Wir alle kommen aus unterschiedlichen Ecken, ihr kommt aus derselben Perspektive, aber ich würde mich übertrieben freuen, wenn wir einfach eine Runde machen und sagen, okay, einfach aus einer selbstkritischen Perspektive, was sind unsere Verantwortungen in den Sachen, in denen wir tun? Ich kann zum Beispiel damit anfangen und sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie hier Moderatorin, ich habe diese Show gemacht, aber ich kann, es ist meine Verantwortung zu gucken, okay, dass ich unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Erfahrungen und aber auch unterschiedliche Meinungen an diesen Tisch hole, damit irgendwie viele Menschen da draußen sich repräsentiert sehen. Ich würde es einfach mal weitergeben, wer will. Ich gehe mal ein bisschen darauf ein, wie du mich vorgestellt hattest, weil du gesagt hast, dass ich muslimische Person bin, die muslimische Anliegen voranbringt. Und da ist meine selbstkritische Einschätzung, dass ich nicht gesamtmuslimisch spreche, einerseits, und andererseits auch sehr weißmuslimisch spreche, habe ich so den Eindruck, so. Und das sehr wichtig ist zu erwähnen, weil ich da natürlich auch viele Sachen nicht mit bedenke. Und selbstkritisch wäre dann zu sagen, ich muss alles mit einschließen und alles mit bedenken. Also, die andere Seite mal. Ich kann nicht schauen, weil ich mir schon habe. Also, okay. Meine Verantwortung liegt auf jeden Fall darin, mich weiterhin zu bilden und weiterhin zu versuchen, irgendwie die wichtigen Dinge, die hier in unserem Land geschehen und passieren und die auch gerade im Wandel sind, irgendwie zu begreifen. Sie irgendwie auch zu kommunizieren und dafür zu sorgen, dass die Figuren, die ich spiele, Substanz haben und dass man, wie unser Bruder hier da vorne gesagt hat, versteht, warum sie Dinge machen. Und wenn ich, und dafür zu kämpfen, dass das passiert, immer mehr mit Argumenten, nicht einfach nur mit Trotz und nicht sozusagen Rollen, die nicht so sind, wie ich sie möchte, abzulehnen, sondern sie anzunehmen und dann erst sozusagen sie dann zu verwandeln. Ja, darin liegt meine Verantwortung, um irgendwie auch zu beweisen, dass wir erstens was anderes können und zweitens, dass die Perspektive einer anderen auch sein sollte. Ihr habt ja mal von Verantwortung gesprochen, also ich sage mal mein Anliegen bewusst, ja, ich sage mal nicht Verantwortung, das klingt so groß und mein Anliegen ist, glaube ich, und ich glaube, das funktioniert auch oder ist mir bis dato gut gelungen, weil ich viele, viele tatsächliche Nachrichten bekomme, in denen die Leute mir sagen, ich will auch Filme machen und ich finde das super, was du machst und du inspirierst mich. Ich habe mich eigentlich immer als politische Filmemacherin empfunden, auch durch meinen Background und dadurch, dass ich eine Fluchterfahrung habe, mit meiner Familie zusammen, eine Kriegserfahrung habe. Ich glaube aber, was tatsächlich jetzt gerade, weil ich immer so Richtung Nahost gehe und Politik sozusagen außerhalb, immer betrachte und was mir halt auffällt, ist, wie wichtig die politische Arbeit gerade in Deutschland ist, so wie akut das Ganze jetzt auch gerade ist, um auch natürlich ein Teil davon zu sein und jetzt die Bewegung loszulegen und irgendwie die Stimme laut genug zu sein. Und ich bin extrem sensibilisiert in letzter Zeit darauf, auf eben solche Sachen, wie viele Leute sitzen denn in den Writers' Rooms, warum werde ich angefragt für ein Projekt, ich lese mir das Projekt durch und will mich jemand benutzen für irgendwas, für eine vermeintlich politische Agenda gerade. Und da ist es so, dass, ja genau, dass ich einfach merke, man braucht diese Sensibilisierung, man muss sich einbringen, die Stimme muss lauter werden. Das ist die Verantwortung, gerade sind auch schwierige Zeiten. Es ist jetzt auch wichtig, eine Meinung ganz klar zu vertreten in allen Bereichen so und für etwas einzustehen so und diese Entwicklung auch mitzumachen und eine Stimme zu haben. Und da empfinde ich selber auch, dass ich da irgendwie auch mehr tun könnte, definitiv mich auch lauter zu werden, sei es jetzt Rollen, die mich nerven, wenn es Frauen betrifft, aber auch Männer. Man muss sich einbringen, man braucht auch echt einen langen Atem so. Man muss diese Diskussion eingehen. Ich finde das schon richtig schön, was du gesagt hast, ne? Einfach Haltung beziehen und auch nochmal zusammenzufassen, so Haltung beziehen, wie selber Vorbild sein, sich weiterbilden, irgendwie Privilegien irgendwie verstehen, eigene Privilegien reflektieren. Das ist richtig schön, auch von meiner Seite aus. Natürlich kommen jetzt immer mit harten, kritischen Fragen rein, weil ich will eine Diskussion hier haben, aber gleichzeitig, ich sehe, was ihr macht, ich sehe, was ihr macht. Das ist eine krasse Arbeit, ich bin dankbar dafür und ich freue mich übertrieben, dass ihr heute reingekommen seid. Können wir bitte eine Runde applaudieren für unsere Gäste? Und ihr da draußen, wie ist das, wie seht ihr das eigentlich, wenn ihr solche Serien guckt? Was ist eure Verantwortung? Schreibt uns das auf jeden Fall in die Kommentare. Ihr kennt, you know the drill, abonnieren, Glocke, kommentieren, liken, tut, was ihr auf jeden Fall tun müsst. Ich befehle euch. Und auch ans Publikum, herzlichen Dank, dass ihr reingekommen seid. An dieser Stelle auch ein riesen Dankeschön an das gesamte Team, was hier ganz leid arbeitet. Kamera, 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 yeah, einmal einen Applaus. Wollt ihr den ersten Teil dieser Diskussion sehen, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr ein Video sehen wollt von unseren Funk-Kolleginnen von Cinema Strikes Back über die nervigsten Film- und Fernsehklischees, dann einmal hier klicken. Und auf keinen Fall vergessen, Karkai Talk abonnieren und die Glocke läuten. Karkai Talk